Hallo liebe Filmfreunde und herzlich Willkommen zu einem neuen und weiteren Unboxing hier auf meinem Kanal und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja ihr Lieben, ich möchte euch heute einen Blu-ray Neuzugang meiner Sammlung vorstellen. Es handelt sich hierbei um das Limited 3-Disc Edition Steelbook von dem Film The Expendables. Ja, in den nächsten Tagen wird ja Expendables an die Besteller ausgeliefert und ich weiß jetzt den genauen VÖ-Tag nicht, aber ich habe hier dieses Vorabexemplar, dieses Presseexemplar schon bekommen und hier möchte ich mich ganz recht herzlich bei der Firma Alpha bedanken, die mir dieses Exemplar zur Verfügung gestellt haben und das ich natürlich auch behalten darf. Ja, aktuell gibt es Expendables in dieser 3D Druckbüste bei Mediamarkt zu kaufen für unschlagbare 169 Euro. Dieses Ding habe ich natürlich sofort abbestellt und habe mir dann gedacht, ich greife auf das Expendables Steelbook zurück und ich muss sagen, mir gefällt es sehr gut. Ja, das Expendables oder das Expendables Steelbook enthält alle drei Filme. Expendables 1 oder Teil 1 in der Extended Director's Cut Version, dann Expendables 2 und Expendables 3 in der Extended Director's Cut und natürlich alle drei Filme hier in der Uncut Version. Ja, das ist das Flyerschen, was hier drum war. Wir haben hier natürlich die Expendables Trilogie und das Ganze natürlich hier unten aufgeführt. Eine gigantische oder ein gigantisches Action-Feuerwerk und natürlich mit dem FSK 18 Logo. Ja, ich würde einfach sagen, wir machen jetzt mal ein wunderbares Unboxing von dem Film. Ich werde mal kurz die Beleuchtung richtig stellen, damit ihr das auch sehen könnt. Ja, das ist natürlich hier alles schön chromglänzend. Hier haben wir natürlich wahrscheinlich, so wie es aussieht, Barney Ross mit dem Expendables Zeichen, dem Raben und dem Totenkopf und der Schriftzug The Expendables ist komplett geprägt. Leider haben wir sonst keine Prägung, aber das Gute daran ist, dass das Steelbook überhaupt nicht Fingerabdruck empfindlich ist und das Ganze ist von Splendid Films. Von der Seite sieht das Steelbook so aus, beziehungsweise wir müssen es einmal kurz rumdrehen. Wir haben hier dann den Expendables Trilogie Schriftzug, auf der linken Seite das Blu-ray Disc Logo, auf der rechten Seite Splendid Films und ich denke mal, es wird dann so ins Regal kommen. Ja, da haben wir noch mal einen anderen Rücken, auch hier eine Maschine, kann man ganz klar sagen, der Expendables und hier haben wir das große Logo mit den ganzen Waffen und dem Totenkopf. Ja, ansonsten machen wir es einmal kurz auf. Wir haben hier alle drei Filme. Ich finde es sehr cool mit dem Zeichen und hier hat man noch mal den zweiten Teil noch mal anders gestaltet, die Disc, aber wir gucken erstmal dann auf der linken Seite. Was ich richtig geil finde, absolut wenig Logos, das Blu-ray Disc Logo und hier noch so, keine Ahnung, was das sein soll, ich kann es nicht erkennen, haben wir hier ein FSK 18 Logo, schön klein alles gehalten, somit haben wir hier keine große Werbung drauf. Das finde ich richtig geil. Auch Expendables 1 Extended Directors Cut draufgeschrieben und hier unten sogar die Lauflänge, ca. 114 Minuten plus Bonusmaterial. Wir nehmen einmal kurz hier zurück und wir sehen hier Barney Ross nochmal. Richtig geiles Bild, richtig cooler Hintergrund und hier auf der rechten Seite haben wir natürlich der Expendables 2 und 3. Das Ganze auch wieder hier mit dem gleichen Logo, 103 Minuten plus Bonus, auch wieder FSK 18 und natürlich hier haben wir der Expendables Man's Job in der Directors Cut und auch natürlich hier in der Langfassung und total wenig Logos. Richtig gut gemacht, da muss ich echt mal sagen, klasse, klasse, klasse. Seht ihr, es geht doch. Und hier haben wir nochmal auf der rechten Seite Barney Ross alias Silvester Stallone, der sich gerade einen richtig fetten Johnny anzündet und so muss das sein. So sind wir natürlich das von Silvester Stallone gewöhnt. Ja, auf der und im Hintergrund war dieser Flyer natürlich oder der Flyer und wir haben hier, ja, was soll ich sagen, eine deutsche Tonspur. Es ist so klein geschrieben, 7.1 in Deutsch, HD, Mastered Audio und insgesamt der Laufzeit haben wir hier 349 Minuten. Ja, da kann man doch wirklich sagen, echt top, dieses Steelbook hat sich wirklich gelohnt und das Ganze noch für lau, da muss man echt sagen, cool. Ja, hier oben haben wir noch ein paar Filmausschnitte von allen drei Teilen, inklusive die Darsteller, die hier mitspielen. Wir haben jetzt natürlich keine wirkliche, doch, hier haben wir eine kleine Beschreibung, würde ich nicht sagen, aber hier sind halt, ja, die Leute aufgeführt, wie zum Beispiel Jet Li aus dem Film Hero, Mickey Rogue und so weiter, Bruce Willis und so weiter und so fort. Ja, ich finde ganz klar, absolut genial. Wir haben hier noch ein Dolby Atmos Zeichen, also so wie es aussieht, haben wir hier eine Fassung noch in Dolby Atmos mit darauf. Ich muss mal gerade näher rangehen, ich kann das so schlecht lesen. Also, Deutsch haben wir eine 5.1 HD Audio Mastered, 7.1 HD oder Mastered Audiospur, Headphones Round und eine Dolby Atmos Spur. Also, es steht hier nicht explizit drauf, dass es nur in Englisch ist. Ich gehe davon aus, dass auch hier alle drei Teile in Dolby Atmos abgemischt sind und ich glaube zu wissen, dass die Hero Packs das nicht haben. Also, ich muss schon sagen, ganz klar, von meiner Seite her, Daumen hoch und ja, das war mein Unboxing zu dem Film, beziehungsweise zu der Drehlogie als Steelbook The Expensibles und ja, wir machen ganz klar Daumen hoch. Ich bin richtig zufrieden mit dem Steelbook und kann das nur weiterempfehlen. Ich weiß also auch momentan nicht aktuell, was es kostet. Was soll's? Wenn ihr Bock habt, einfach kaufen. In diesem Sinne, ab in die Rinne. Das war's von mir. Wenn ihr noch dazu Fragen habt, könnt ihr Fragen stellen. Ansonsten lasst mir einen Kommentar da, wie ihr das findet. Nicht vergessen zu abonnieren an die Skinoblog und wir sehen uns bei meinem nächsten Unboxing. Haut rein, macht's gut. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.